Der Iran hat seine Drohung wahrgemacht und in der Nacht auf Sonntag erstmals Israel direkt angegriffen. Nach Angaben des israelischen Militärs feuerte das Land mehr als 300 Drohnen, Raketen und Marschflugkörper Richtung Israel ab. Die Mehrheit davon konnte von Israel und seinen Verbündeten USA, Großbritannien und Jordanien jedoch abgeschossen und größere Zerstörungen verhindert werden. Zwölf Menschen wurden verletzt, darunter ein schwer verletztes siebenjähriges Mädchen. Der Angriff war als Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen Luftangriff auf Irans Vertretung in Damaskus am 1. April gedacht, bei dem unter anderem ein hochrangiger Kommandeur der Revolutionsgarde getötet wurde. Die Attacke widersprach internationalen Vereinbarungen, wonach diplomatische Vertretungen von Angriffen ausgenommen sind. Obwohl die meisten Drohnen abgefangen werden konnten, spricht der Iran von einem gelungenen Großangriff. Man habe alle Ziele erreicht, heißt es aus Teheran. Trotz geringer Schäden könnte der Nahostkonflikt nun weiter eskalieren. Alles wartet gespannt darauf, mit welcher Antwort Israel dem Iran entgegentritt. Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer sieht zwei Möglichkeiten. Entweder Israel kontert mit einer harten Antwort und zerstört zum Beispiel zentrale Anlagen im Iran. Oder aber die Antwort fällt ähnlich weich wie der Angriff des Iran auf Israel aus. Fakt ist, dass Israel mittlerweile an drei Fronten kämpft. Gegen die Hamas im Gazastreifen, gegen die vom Iran unterstützte Hezbollah im Libanon und nun gegen den Iran selbst. Hinzu kommen die vielen israelischen Vertretungen weltweit, die als eine Art vierte Front gewertet werden können. Der Westen hat Israel grundsätzlich seine Unterstützung zugesichert, doch es gebe Hinweise darauf, dass die USA Israel drängen, keinen Gegenschlag auszuführen, so Militärexperte Reisner. Die USA möchten keine Eskalation in Anbetracht der Situation, dass immer mehr Krisen auf der Weltbühne auftauchen. Bleibt eine israelische Reaktion auf den Angriff Irans aber aus, käme dies praktisch einem Sieg der Iraner gleich. Israel müsse daher genau überlegen, ob, wie und wann ein Gegenschlag erfolgen soll.